So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trade-Up-Contract-Video. Was ist los? Ich hab dich nachgemacht. Ah ja, okay. Wüsste ich nicht. So. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trade-Up-Contract-Video. Oh mein Gott. So, hallo und herzlich willkommen heute zu einem weiteren Trade-Up-Video. Die letzten sind ja bei mir zumindest ein bisschen in die Hose gegangen. Mike hatte ein bisschen Glück. Oh ja, mit der Cyrix. Jo. Und heute versuchen wir uns an dem berühmten Asimov-Trade. Und zwar hab ich mir jetzt mal diese Trigons gekauft, den Einsatz erprobt. Zehnmal, um die Chance auszuschließen, dass ein anderes drin reinkommt. Die AWP gibt's ja noch in Einsatz erprobt. Zudem müsste eigentlich, wenn nicht die bekannte Ork reinkackt, müsste ich sehr gut rauskommen. Das ist ein Preis- und Schieb zwischen AWP 62 Euro und die Ork hat, wie viel Mike, glaub 5 Euro? Ja, höchstens 5 Euro. Höchstens 5 Euro. Also es ist ein Preisrisiko von 55 Euro. Und Einsatz ist hier bei mir gewesen, glaub ich, 35, 37 Euro mit den Trigons. Ja, bei mir wahrscheinlich ebenfalls. Ich hab mir noch eine Aug, äh, nicht Aug, sondern Nova Antique geholt in Minimaler Rebauschel. Ich dachte, ja komm, vielleicht kriegst du ja irgendwas. Hm. Okay, dann lass uns die Scheiß mal reinpacken, hä? Ja, ich hab sie schon mal alle reingepackt, Mann. Streber, Streber. Ja, Einsatz erprobt, Einsatz erprobt, Einsatz erprobt, Einsatz erprobt. Ja, ich check's auch gleich nochmal, double check. Einsatz erprobt, Einsatz erprobt, Einsatz erprobt, Einsatz erprobt, Einsatz erprobt und Minimaler Gebrauchsspul. Oh, du gehst Risky. Ah ne, das ist ja besser. Okay, okay, weiter. Wenn's wichtig, der Name muss ausgeschwärzt werden. Ich kotze richtig ab, wenn die Scheiß Org rauskommt. Ich muss halt mal ein bisschen Glück haben. Ja, du musst echt ein bisschen Glück haben. Ich meine, ich hatte ja letztens hier, ähm, noch mit den beiden, ähm, Knives, die ich gezogen hatte, hatte ich ja noch, äh, Megalaslack. Und das auch noch in, ich sag mal, ungefähr einer Woche. Weil so relativ geile Knives. Wo man nicht bevoll am Zettel nicht kriegt, dass hier gar nicht richtig ausgegraut wird. Ja, man, ich muss jetzt hier, Assimorph, ganz wichtig, hinter dem Namen zu schreiben, ist das Herz, das Herz muss immer dabei sein, dafür, dass es im besten Zustand auskommt. Das ist Herz ultra wichtig, das strahlt auch noch so ein bisschen. Okay, Mann, ey, ich hab echt Schiss. Bist du bereit? Warte, warte, das ist, glaub ich, das Crappigste, was ich hier gerade ausgekratzelt hab, ey. Oh, Mann, ey. Ich hab voll das schöne Herz gemalt. Das strahlt voll. Ja, das Herz hab ich auch schön gemalt. Aber ich meine, ähm, hier, da ist ausgegraut quasi. Ach so, das ist, ja, völlig übertrieben. Ja, aber mir sieht's voll crappig aus, weil ich voll am Zittern bin, Alter. Boah, man merkt das, glaub ich, in meiner Stimme. Ich merkte das gerade voll selber, dass ich mega am Zittern bin. Ja, ist halt echt krass. Also, es ist entweder 5 Euro im besten Zustand oder halt eben 62 Euro. Ein Satz 37 Euro. Alles richtig heftig, okay. Lass es uns einfach tun. Okay. Gaben, please, gib uns eine Asimov. Ein Satz erprobt. Okay, 3, 2, 1. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr schlafen. Alter Falter, Mann, ich seh schon die scheiß Org. Ich seh die scheiß Org, Mann. Ich seh die fucking Org. Ich hab die scheiß Org, Mann. Ich hab ne Asimov. Alter, du Xer. Wie immer, ich muss, ich hab die scheiß Org, Alter. Was für eine Berichtung? Abgenutzt, okay, abgenutzt. Warte mal, schauen, was die wert ist. Abgenutzt müsste auch noch safe sein, auf jeden Fall. Und mich guck der scheiß Chamäleon an. Mit seiner scheiß Zunge. Okay, Alter, wer Bock hat, ich setz die jetzt rein für 60 Euro. In den Markt. Kann die sich gar nicht kaufen. Abgenutzt kann man mit 57 Euro auch noch leben. Ich hab immerhin Minimalware. Ach, herrlich, Alter. Oh, fuck, Mann. Du hast mit Minimalware, wo du alles endet, dann propassst. Ja, Mann. Da bist du eindeutig besser weggekommen als ich. Alter. Ist nicht mal die 5 Euro jetzt. Ist wahrscheinlich 3 Euro oder so. Oh, herrlich, Alter. Ich hab in diesem Spiel irgendwie nur Luck im Ziegen und was weiß ich. Ist echt so, ist echt so, Mann. Und ich kacke hier nur die ganze Zeit rein. Boah. Bei meinem Glück sollte ich die Coppellstone-Kisten öffnen. Nein, lass es. Wahrscheinlich krieg ich, weiß ich nicht, 6x 50 Cent Skin oder so. Gut. Okay. Oder 6x die Dragon Lore wäre gerecht eigentlich so. Ja, genau. Okay, also, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Bald gibt's in 2000 Abonnenten einen Special Stream und das Coppellstone-Giveaway. Und gebt einen Daumen hoch. Schaut doch bei Mike rein. Er hat die Assimov bekommen. Ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.